Wenn du dieses Video gerade siehst, möchte ich dir sagen, dass du gut bist, so wie du bist. Und dass du etwas Besonderes bist. So wie jede einzelne Person von uns, scheißegal wie andere sind und was die machen. Du musst niemanden da draußen etwas beweisen. Du musst niemanden da draußen beeindrucken. Es ist auch scheißegal, ob andere schneller sind als du, ob sie reicher sind als du, ob sie erfolgreicher sind als du. Es ist scheißegal, was sie haben, wie sie aussehen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Das hat nichts mit deinem Leben zu tun. Es ist wichtig, dass du deinen Weg gehst, wie du ihn für richtig hältst und wie er dich am glücklichsten macht. Es ist dein Beruf, es ist dein Weg, es ist deine Karriere, es ist deine Liebe, es sind deine Beziehungen, es sind deine Freunde. Es ist dein Leben und du musst damit am Ende zufrieden sein. Darum geht's.